Es begann alles so gut. Es war an diesem Moment, dass er nicht... Er verbruchte. Leute, was soll ich sagen? Jetzt sitze ich hier im Schlag, Maser. Drei Wochen harte Arbeit, um zu stinken wie ein Puma. Mama, ich wollte doch den Mädels gefeiern. Jetzt werde ich auch noch eingeseift. So war das aber nicht geplant. Ich brauche mein Spielzeug. Ne, doch kein Bock. Soll ich das noch verarbeiten? Ohne Spielzeug geht es doch nicht. Mach das ja wieder ordentlich selber, Mama. Oh ja. Endlich trocken, Frau Böhm. Was guckt ihr denn so? Das tat gut. Und hopp. Ich ziehe jetzt erst mal eine Runde im Handtuch. Mit meinem Quietchedingsbums. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich glaube Ihnen! Tschüss. Super! Super!